Ich habe die neuen AirPods 3 pünktlich zum Release bestellt und daher konnte ich jetzt seit ein paar Tagen diese im alltäglichen Gebrauch testen und daher möchte ich euch gerne in diesem Video ein erstes 72 Stunden Fazit geben. Wenn dich Videos wie dieses zu neuen Apple Produkten interessieren, dann schau gerne mal auf meinem Kanal vorbei, da findest du viele weitere ähnliche Videos und wenn dir die Videos gefallen, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen und wir schauen uns jetzt die AirPods 3 direkt nach dem Intro etwas genauer an und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir das Video kurz mit dem Lieferumfang und dieser ist eigentlich relativ unspektakulär. Wir haben eine kleine weiße Box und in dieser befinden sich einmal die neuen AirPods 3. Außerdem haben wir natürlich eine Bedienungsanleitung mit dabei und ein Lightning Kabel und in diesem Fall im Vergleich zu den AirPods 2, welche noch einen USB-A Anschluss hatten, jetzt einen USB-C Anschluss. Sprechen wir als nächstes einmal ganz kurz über das Design und im Grunde genommen sind die AirPods 3 eine Art Hybrid aus den AirPods 2 und den AirPods Pro. Das heißt wir haben zum einen eine etwas breiter gewordene Case, genauso wie das bei den AirPods Pro der Fall ist. Insgesamt sind die AirPods etwas kleiner geworden, genauso wie bei den AirPods Pro. Wir haben aber trotzdem weiterhin keine Gummiaufsätze, so wie das bei den AirPods 2 der Fall ist. Das heißt wir haben irgendwie so eine Art hybride Lösung aus diesen zwei AirPods Generationen jetzt in den AirPods 3 zusammengefasst. Die AirPods 3 sind schön klein, dadurch wirken sie insgesamt im Ohr etwas unauffälliger, weil auch der Stieg kürzer geworden ist, genauso wie das bei den AirPods Pro der Fall ist. Das heißt hier insgesamt auf jeden Fall eine Verbesserung im Vergleich zu den AirPods 2. Auch beim Tragekomfort gibt es irgendwie eine Mischung aus den AirPods 2 und den AirPods Pro. Das heißt im Vergleich zu den AirPods Pro halten bei mir die AirPods 3 auf jeden Fall besser in den Ohren, weil wir diese Gummiaufsätze nicht haben. Aber die AirPods 2 hatten irgendwie noch eine andere Form und dadurch hielten sie in meinen Ohren zumindest noch besser. Das heißt es ist irgendwie so ein Mittelweg. Gerade beim Komfort merke ich bei den AirPods 3 nach etwa einer Stunde, dass es so leicht anfängt zu drücken und ich dann vielleicht nochmal das Ganze so ein bisschen hin und her schieben muss. Das hatte ich bei den AirPods 2 nicht. Die konnte ich ohne Probleme fünf bis sechs Stunden tragen und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass sie anfangen zu drücken und daher muss ich hier bei den AirPods 3 auf jeden Fall sagen, dass bei meinen Ohren der Tragekomfort etwas schlechter ist. Ich persönlich denke, dass jeder, der mit den AirPods Pro Probleme hatte, diese ähnlich auch mit den AirPods 3 haben wird, aber auf jeden Fall nicht ganz so stark ausgeprägt. Das heißt in meinem Fall halten die AirPods 3 auf jeden Fall viel besser im Ohr als die AirPods Pro, aber man hat natürlich nach einer gewissen Zeit irgendwann dieses Gefühl, dass es anfängt zu drücken. Das habe ich wie gesagt bei den AirPods 2 erst viel, viel später gehabt. Jetzt aber zur Soundqualität und diese hat sich tatsächlich im Vergleich zu den AirPods 2 bei den AirPods 3 enorm gebessert, was ich beeindruckend finde. Gerade 3D-Audio macht auf jeden Fall richtig Spaß. Der Bass ist auf jeden Fall bei den AirPods 3 stärker ausgeprägt und insgesamt finde ich das Klangniveau auf jeden Fall schon fast auf dem Niveau der AirPods Pro. Aber man merkt eben den einen Unterschied, nämlich dass wir hier keine aktive Geräuschunterdrückung haben, was natürlich bei den AirPods Pro der Fall ist. Und was gibt es sonst noch für Features bei den AirPods 3? Weil zuallererst sind diese gegen Schweiß und Spritzwasser geschützt, was beim Joggen auf jeden Fall ziemlich cool ist. Und gerade wenn man dann auch irgendwie im Herbst oder so unterwegs ist, wenn es mal regnet, sollte das absolut kein Problem sein. Und das Case hat jetzt auch ein neues Feature, nämlich ist dauerhaft Wireless Charging immer mit dabei und in diesem Fall mit MagSafe. Auch die Akkuleistung hat sich bei den AirPods 3 gebessert. Wir können jetzt mit einem AirPod bis zu 6 Stunden Musik hören und mit der Case bis zu 30 Stunden. Und was ich ebenfalls noch sehr cool finde, was bei den AirPods 3 jetzt dabei ist, ist dieser Drucksensor, den wir bereits von den AirPods Pro kennen. Das heißt, wir haben eben über diesen Sensor, über diese Druckfläche die Möglichkeit, die Musik zu steuern, Siri zu starten und so weiter. Das ist auf jeden Fall sehr schön gelöst. Kommen wir jetzt auch schon zu meinem Fazit und ich finde auf jeden Fall, dass die AirPods 3 ein sehr gutes Gesamtpaket sind. Klar, es kommen nicht allzu viele neue Features hinzu, aber wir haben eben ein neues Design, was mir persönlich auf jeden Fall sehr gut gefällt. Insgesamt kann ich aber trotzdem eher die AirPods Pro empfehlen, wenn ihr Ohren habt, die eben mit Gummiaufsätzen gut klarkommen, weil ihr diese für unter 200 Euro im Netz findet und müsst dann eben nicht auf ANC verzichten, was bei den AirPods 3 der Fall ist. Und trotzdem müsst ihr weniger Geld ausgeben als für die AirPods 3. Das heißt, solltet ihr In-Ears bevorzugen mit Gummiaufsätzen, dann würde ich euch auf jeden Fall eher die AirPods Pro empfehlen. Wenn ihr allerdings keine Gummiaufsätze in In-Ears mögt, dann könnten die AirPods 3 genau das richtige Produkt sein. Wenn ihr aber eben die gleichen Probleme habt wie ich, dann kann es durchaus sein, dass der Tragekomfort etwas schlechter ist als bei den AirPods 2. Trotzdem bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit den AirPods 3, werde sie auch jetzt als Daily Driver, als Kopfhörer verwenden und vielleicht gewöhnen sich meine Ohren ja noch so ein bisschen anders tragen, sodass ich sie dann auch länger aktiv nutzen kann. Und wenn ihr die AirPods 3 habt oder vielleicht sogar die AirPods Pro oder die normalen AirPods, dann würde mich eure Meinung und vor allem eure Erfahrung sehr unten in den Kommentaren interessieren. Habt ihr ähnliche Probleme mit euren Ohren wie ich? Lasst es mich gerne wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch jetzt gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, damit ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpasst. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut! Bis zum nächsten Mal.